Wenn der Endsieg erst einmal gekommen ist, werden wir jede Menge Gauleiter brauchen. Und da meine ich Washington, Moskau, London oder Kapstadt. Mit diesen Leuten haben wir nichts zu schaffen, hast du mich verstanden? Ich könnte auf eine Schule gehen, eine ganz besondere. Wenn du damit fertig bist, dann gehörst du zur Elite und brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ja, zögerliches Denken ist in diesen Zeiten nicht angesagt. Unsere Körper gehören nicht mehr uns allein, sie gehören der Gemeinschaft. Lieber Vater, deine Unterschrift für die Erlaubnis habe ich gefälscht. Wenn du mich aus der Schule holst, werde ich verraten, was du über die Napola gesagt hast. Albrecht. Ich bin Friedrich. Willst du am Wochenende mit zu uns nach Hause kommen? Mein Vater feiert Geburtstag. Schöngeister können wir nicht gebrauchen. Meine Mutter sagt mir immer, dass sie beide alles großartig finden, was ich schreibe. Dabei lesen sie es noch nicht mal durch. In diesen Momenten musst du alles Menschliche aus dir raus tilgen. Das ganze anerzogene Mitleid und die ganze falsche Scham. Als wir gestern loszogen, um die Gefangenen zu finden, kam ich mir wieder vor wie dieser kleine Junge, der die Welt vor dem Bösen retten will. Doch als wir zurückkamen, da war mir klar geworden, dass ich selbst Teil des Bösen bin, vor dem ich die Welt immer bewahren wollte. Das war sehr mutig von dir. Ich hab mir geholfen. Sonst hast du dabei an niemanden gedacht, oder? Blöder Ingers! Jetzt geht's um deine Zukunft. Ich hab Angst. Wovor denn? Es geht um dich und dein Leben. Mach was draus. Wovor denn ich werdeя. Wie gesagt. Mir 어때. Wovor denn? Warum wie gesagt.